Hey du großer Oppe, kämpf doch gegen jemanden in deiner Größe. Betäubung! Ah, Queen Bee? Na, mein Name ist Vesperia! Wow. Ladybug braucht uns wieder. Freut mich, dich kennenzulernen, Vesperia. Gib mir eine Sekunde. Diese Vesperia ist im Vergleich zu Queen Bee die Form Dombea zu Roquefort. Süßer, raffinierter und sehr viel netter. Ich zerschwampfe dich zu Brei und mache dann Bananenbrot aus dir. Kataklyphos! Gib mir dein Miraculous, sonst verwandle ich sie in Babybrei. Queen Banana, was hältst du von einem Fernkampf gegen die neue Besitzerin des Bienen-Miraculous? Wie kannst du es wagen? Ich bin hier die einzig wahre Queen Bee. Oh, das warst du. Aber jetzt bin ich die richtige Queen Bee. Und du bist nur die Königin der Bananen. Ladybug hat mich ausgewählt, um Paris zu verteidigen, weil du es nicht konntest. Und was verteidigst du jetzt als Banane? Habt ihr gesehen, was mit Menschen passiert, die anderer Meinung sind als ich? Gib mir eure Miraculous! Dieser Glücksbringer-Kleber ist wirklich gut. Genauso wie Vesperia. Findest du nicht, Cat Noir? Du hast deine Bananen zu früh gezählt, Queen Banana. Nein, nicht schon wieder! Nein, nicht schon wieder! Nein, nicht schon wieder! Heeeeh!